Unsere Schule ist sehr vielfältig. Es gibt viele verschiedene Kulturen. Egal ob Lesbisch, Gay, Bisexual, Transgender, Queer oder vieles mehr. Bei uns gibt es Anstrengungen, mit denen du über alles reden kannst. Auch wenn du sonst ein Problem hast, gibt es eine offene Tür. Hier kannst du für alle seine Lösung finden. Hier in unserer Mensa findest du ein riesiges Angebot an leckerem Essen. Auch Vegetarier kommen hier nicht zu kurz. Wenn du hier zur Schule gehen wirst, wird dir auffallen, dass es an manchen Tagen nicht so ist wie immer. Vielleicht stehen Kerzen auf dem Passenplatz, du wirst mit Farbe bespült oder du findest irgendwo im Schulhaus Schokolade. Auf jeden Fall werden das Ereignisse sein, die du nie wieder vergessen wirst. Die ESSO, unsere Schülerorganisation, organisiert jedes Jahr spezielle Tage. Ausserdem hat die ESSO Mitspracherecht an der Schule. Die ESSO ist sehr wichtig für unsere Schule, weil sie uns die Möglichkeiten für viele tolle Anlässe bietet. Bei uns an der KZDU gibt es ganz viele verschiedene Tiere, die du entdecken kannst. As you can see, this is the sports area. On sunny summer days you can play sports outside. It's so fun! Ausserdem werdet ihr hier an der KZDU viele interessante, lehrreiche, aber auch unterholzame Reisen machen. Einige davon werden im Ausland, andere aber auch hier in der Schweiz stattfinden. As you can see, wir sind nicht mehr in der Schule, sondern außerhalb, wo es so eine schöne Natur gibt. As you can see, hier gibt es wenig Leute. Also, wenn du nicht mehr wirst, mit der ganzen Leute, die du entdecken kannst, dann kommst du hier und wirst ein bisschen alleine, tranquillisch, und leer und machen lezungen. Du hast noch kein Hobby oder bist dir unsicher, was du machen willst? Du weisst nicht, ob es dir gefällt oder ob du gut genug bist? Oder du möchtest einfach mal wieder etwas Neues ausprobieren? Kein Problem, bei uns gibt es viele Angebote, die teils sogar auch kostenlos sind. Es gibt viele sportfreie Fächer, wie zum Beispiel Tanzen oder auch Ballspielen, aber auch Athletiktraining. Du kannst hier an der KZDU aber auch Instrumentalunterricht nehmen. Das heisst, du kannst dieses Instrument lernen und spielen, das du möchtest. Natürlich gilt bei uns an der Schule eine Masskenpflicht. Wir haben beim Filmen immer schön zwei Meter Abstand gehalten, damit wir sicher sind, sie uns aber trotzdem immer gut verstehen können. Das ist eine Familie. Das ist eine Familie. Wir haben mit diesem